So, da sind wir wieder und ich hab's geschafft! Ich hab's nach gefühlten zwei Stunden... Okay, es war nur eine, hab ich's geschafft! Yeah! Yay! Oh mein Gott, eine Stunde! Eine... Aua! Eine verdammte Stunde! Oh, ich bin glücklich! Jetzt bin ich richtig glücklich! Oh, das ist eine Erleichterung nach einer verdammten Stunde! Dieser Quälerei ist endlich geschafft zu haben! Also, das ist nur, weil ich kurz eine 5-Minuten-Pause... Ich hab kurz eine 5-Minuten-Pause dazwischendrin gemacht! In dieser 5-Minuten-Pause hab ich mir ein Video angeguckt! Und dann ging's auf einmal! Oh, hab ich zwei, drei Versuche gebraucht und dann ging's und ja! Ah, mir ist kalt! Okay, wir kriegen einen Tansman, der sieht aus wie ein... Oh, ich hab vergessen, wie das heißt! Oh, ich wusste es mal! Egal, es ist so eine Art Flöte! Dohle-Sack-Melodie! Ha! Ja, richtig! So haltet euch die Ohren zu! Werf irgendwas nach ihm, bitte! Bitte! Wie geil! Fang an zu tanzen! Oh, gut! Oh, ich hab gute Laune! Merkt man's? Oh, ich hab richtig gute Laune gerade! Dabei ist es doch... Oh, ich hab keine Ahnung, wie spielt es das? Irgendwas mit zwei Uhr... Zwei... Viertel noch zwei... Drei... So, unser nächstes Level-Log! Komm, wir genießen den Ausblick! Ich mag den Ausblick auch... Ja, er mag für die neuen Spiele sehr viel Pixel-Verstand, aber ich find ihn immer noch toll! Ich fand ihn immer so schön! Magma Cone! Okay! Reindach! Treasure-Found? Total Treasure! Ich dachte jetzt... Treasure-Total, bla bla bla! Ja, schon! Um, Memory-Card has changed! Nein, Memory-Card has nicht changed! Oh, guck mal! Ziegenböckchen! Schon wieder! Ähm... Was machen die? Jo, ist so! Ha! Tja... Er hat dich gewarnt! Ja, du bist ja ein Süßer! So, ähm... War ich... Sind hier irgendwo Edelsteine? Nee... Okay... Dann... Hallo! Hallo, Spyro! Ich glaube, du bist hier! Ähm... Loony the Faun! Achso, es sind Faunen! Faunen, okay! Hallo, Spyro! Ähm... Hallo, Spyro! Ähm... Ich nehme an, du bist für die Party hier! Ich... Ja, ich bin bestürzt! Sie ist... Ähm... Abgebrochen worden! Wegen den... Stummen... Erd... Erdbeeren, die vom Vulkan kommen? Irgend so was? In der Art? Äh... Und ich habe in Englisch nur... Zwei bis drei? Oh mein Gott, ich würde mir nur vier bis fünf geben! Nee, nur sechs! Ja, nur sechs! Also Verständnis... Ich verstehe alles, wirklich! Aber übersetzen? Das kann ich nicht! So, wie immer... Ähm... Hier, ich kann mich an der Stelle gar nicht erinnern, das wird so richtig schwer! Zumindest nicht so gut! Okay, ich bin fast wieder tot! Und nein, ich erfülle keine zwei Wünsche, nur weil ich noch mehr draufgehe, falls ich noch mal drauf gehen sollte! Das könnt ihr knicken! Das gilt nur für das erste Mal sterben! Und... Ja, weil ich ja gleich wieder sterbe! Ich weiß leider nicht mehr, wie hier alles, äh... Ohne Sparks, man durch die Dinger laufen! Also direkt durchlaufen! Das ist zum Kotz! Aber ich finde die Musik epic! Ich finde die Musik toll! Was? Habe ich die nicht getroffen? Wie, wie, an meinem Kreisrand! Ähm, verwirrt! Okay! Haben wir hier unten eigentlich alles? Also größtenteil alles? Ich finde die Musik so toll! Entschuldigung! Die ist richtig... Das kann man nur verstehen, wenn man sie auch hört! Jetzt hat sie wieder von vorne angefangen! Wenn die Stelle nochmal kommt, mache ich wieder Menlo-Kiddy, kommt eh da, oder? Ich finde die Stelle einfach nur... Oh, da ist ja wieder die Schnecke! Ich finde die Stelle einfach nur epic! Das ist zwar etwas länger, aber... Oh, cool ein Leben! 33! Yay! Stoppstall! Wünscht euch was! Hallo, Finn! Yay! Genau, da müssen wir jetzt hier rüberfliegen! War hier was? Ja, genau, hier war noch was! Wuppa-la! Come on! Ich liebe dich nicht! Wenn du so doof mit mir spielst! Hallo! So, wir rennen hier rüber und wir zünden das an, wir gehen kurz in Deckung! Wir können ja gleich nochmal hin! Also, ja! Ich hole mir jetzt, wie gesagt, erst immer alles, weil... Oh, nein, nein, ich muss da nochmal runter! Okay, dann gehe ich jetzt einfach schonmal runter! Ruhig wäre das gleich! Ähm, ja, wie gesagt... Er hat es auch schon vorher weht? Ich glaube zumindest! Ich weiß nicht, weil er ist so eine eckere Poste, so mal... Oh, da ist wieder die Schnelle! Ein... Ja! Ich habe die Musik früher gehasst! Aber jetzt finde ich die total cool! Und ich habe die Map hier auch gehasst! Warte! Warte! Ich weiß nicht, woran es lag, dass ich die Map gehasst habe, weil... Ich weiß nicht, ob ich sie immer noch hasse! Wir werden es sehen! Also bis jetzt gefällt sie mir eigentlich ganz gut! Wirklich? Ich finde das richtig süß! So, ähm... Ähm, Orientierungslosigkeit! Ähm, 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 Ah, hier oben! Jibbi! Jibbi! Und Jibbi und Haha ist richtig getroffen! Schnaps gesoffen! Blablabla! Ababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Schnecki! Au, geh! Da drauf. Danke. Okay, da gehen wir gleich hin. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Ja, genau, hier ist noch was. Und da oben wollen wir hin, genau. Oh, da ist ja auch noch was. Wir wollen hier oben hin. Moment. Hier fliegen wir, fliegen wir, fliegen wir. Was? Ah! Ah! Ach, ich bin doof. Guckt mal. Dass mir das nicht früher anfällt. Oh, ich muss auf die Uhr gucken. Ähm, das Level ist lange. Das krieg ich jetzt... Oh mein Gott, wie viele Videos muss ich für das Level machen? Oh mein Gott. Soll ich einfach mittleren aufhören? Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Dass ich mir jetzt schon wieder Gedanken mache. Ah, Schnecki, Schnecki, Schnecki. So, ähm... So viel weiß ich noch. Das Video ist... Ja, Video, sag ich schon. Das Level ist ein bisschen... Generell, die Level werden es halt länger, ne? Weil... Es soll halt immer schwerer werden. Es werden die Level normalerweise auch halt auch länger und... Ja, auch schwerer. Und... Ja. Das ist nichts Schlimmes. Nicht deswegen. Ich meine, das ist böse oder so. Also ich finde das gut, weil... Dann... Komm schon. Kommst du? Dann habe ich mit mir jetzt was zu tun, aber... Ich weiß nicht, wie das für euch ist. So. Jetzt... So, jetzt bitte nicht wundern, was ich... Ach... Schau... Engel. Wie spät haben wir es? Wir haben... Okay, so viel Zeit aber. Jetzt bitte nicht wundern, warum ich hier runterfliege und es leckt. Ich verstehe nicht, warum es immer so leckt. Ich verstehe es nicht. Also bitte nicht wundern. Ich möchte etwas versuchen. Oh, oh. 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 Stell dich mir... Ja, genau. So stehe ich mir das nicht vor. So stehe ich mir das eher vor. Okay, genau. Wir können mich hier rein. Und rennen einmal außen rum. Haben wir alle? Haben wir alle? Haben wir alle hier? Ja, wir haben alle. So, das können wir hier runter. Und uns passiert nichts, wenn wir hier runterfliegen. Also wir können es weiterhörig auffallen lassen. So. Hier sind noch mehr Edelsterne. Und hier ist... Jäger. Das ist ein ziemlich lustiges Spiel. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh je. Das reicht für eine Runde, glaube ich. Komm her. Hey, Spyro! Check this! Alter, nein. Okay. Ähm. Guck dir diese Kuh... Diese coole Höhle an. Die ich gefunden habe. Das ist ein kleines Spiel spielen. Hm. Ähm. Keine Ahnung. Wir sollen irgendwas einsammeln. So Kristallpopcorn oder so. Zehn Stück. Wer die ersten zehn Stück hat, gewinnt, glaube ich. Ich habe ganz vergessen, wie das ging. Oh mein Gott. Oh mein. Ich kriege das nicht hin. Ich werde verlieren. Aber auch nur, weil ich keine Ahnung mehr habe, wie das... Oh. 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 Ja. Das schaffe ich jetzt nicht. Ne. Also. Okay. Wir versuchen es einfach nochmal, weil... Ähm. Ich bin grad total verwirrt gewesen. Okay. Ich weiß nicht, wie das geht. Also rein theoretisch müsste ich ihm die jetzt alle von der Nase wegschnappen. Aber dafür habe ich jetzt mal überhaupt keinen Nerv. Also wir versuchen jetzt einfach auf gut Glück irgendwelche zu erwischen. Und es klopft nicht so ganz. Ähm. Äh, kommt welche? Da kommt doch... Nein! Oh je je, du Scheiß. Entschuldigung. Ich wollte Schuchtel sagen. Haha. Oh, wo ich überall hinrenne, nur damit ich die Dinger erwische. Nein, ich brauche noch eins. Ich brauche noch... Hier, hier, hier. Nein! Nein! Eins, eins, eins!